Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play black desert online hier im camp vor den kultisten oder so wie heißen und zwar ja ich bin ja schon mal hingeritten ich bin halt von da hierhin geritten und hier müssen wir hin und ja wir müssen jetzt mit ihr reden hier mit der analin tot den halten geht also die stimme haben sie gut geändert seid nicht so überrascht ich glaube nicht wirklich an böse götter und und so was okay mein neues gesicht so ein neues gesicht dann weiß ich wohl woher kommt diese kultisten sind verrückt ich denke verhext wäre ein besserer besserer ausdruck es ist als wären sie gnadenlos ohne eigenen willen tun was immer man ihnen sagt kürzlich haben sie begonnen leute zu entführen es ist wirklich es ist wichtig zu wissen warum sie das dies tun ich bin mir sicher dass sie irgendwie befehle erhalten könnt ihr möglicherweise an diese befehle kommen kommen ja ja wir müssen jetzt einfach nur umbringen bekommen befehle von denen ist ja klar einfacher ist es geht ja einfacher geht es ja nicht so also blutkloster hört sich ja gut an guten tag ich werde angegriffen und was fünf stück zum glück können wir massen schaden machen vielleicht mal ein bisschen weiter mit der kamera raus gehen muss man besser im überblick haben wenn ihr so viele gegner da sind gemacht was super massenschaden ist voll geil und man macht wenigstens viel mit damals aber man sieht nicht viele befehle auch drei haben wir schon magier du kriegst nichts der war immerhin zu einem kommen das kam schon fertig und fertig okay es geht aber warum geht das so schnell doch hat er angefangen ich dachte da muss hin warum ist denn ähm hallo war der gerade im boden habe ich jetzt gerade kaputt gemacht ähm 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 warum ist der da im boden warum ist der da im boden hallo naja was solls haben sie hallo ein bisschen geld mit dem viel geld haben wir eigentlich jetzt ich kann mal nachgucken hey 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 wie geht haben wir denn 100 1006 tausend okay äh was passiert was 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 das okay ähm ähm vielen dank ich werde sie mir ansehen ja lass mal so so diese befehle benötigen eine übersetzung ist meine spezialität es wird also nicht lange dauern könnt ihr während ich übersetze gegen die kulturisten kultisten kämpfen wenn ihr den riesenkrieger den stärksten der kultisten besiegt wäre das eine große hilfe und wenn möglich zerstört flaggen und staturen staturen ich denke ihr müsst wir müssen auch ihre moral brechen oh je äh ihr habt doch wohl keine angst oder ich denke ihr seid mutig genug ihr habt es schließlich soweit geschafft äh was ihr habt es ist soweit geschafft habt was ihr habt es schließlich soweit geschafft habt hehehe das ist aber kein geschau ja gut da geht ihr die halt so aber das ist nicht gerade geschau weg können die hier nicht so hallo du der akkiger ähm oh danke dass du mir geholfen hast ich würde gerne dennach das ist total 10 stück müssen wir da ok das geht mal das ist ja kein kein Ding 3 so ein paar Banner kaputt machen so bleibt die dann eigentlich manchmal stehen hier haben wir Staturen aber die schießt sogar auf einem was das schießen auch noch hier haben wir schon mal die Staturen ich meine die Banner fertig und dann haben wir weg gut um die Staturen aber die dauert ein bisschen bis die wieder ganz sind aber die sind ja hier hallo Riese oder ist noch nie manchmal macht ihr auch nicht das was ich will Kultistenkrieger ah haben wir schon da haben wir 5 schon mal von den Riesen schön und jetzt noch eine Riese oh ah ne Statue Statue da vorne ist eine Riese 6 Riesen da ist noch einer oh wie man die Stelle umhauen kann nochmal 7 da ist der 8 wir sind zum Glück nicht zu übersehen die Großen da ist der 9 und die Statue haben wir erstmal die Schlage kaputt wo haben wir die Neuen dann ist hier drin noch eine Statue schon nur noch eine Riese der war dann hier äh ne da oben ok ok fertig tschüss danke dass ihr Zeit hattet ich meine das baut ja nichts neu so ähm guten Tag wir haben besiegt wir hätten gerne die Übersetzung oh unglaublich es ist wie ein Lichtstrahl auf mir was es ist wie ein Lichtstrahl auf mir hä was kapiere ich jetzt nicht ich habe mir die Befehle ausgese- äh angesehen und sie sind eine große äh sie sind ein großes Problem dort steht ein Satz über den Blut Altar mhm es gibt sicher einen Grund warum die Magier seltsame Zauber benutzen könnt ihr mir noch einmal helfen ich bin mir sicher dass sie ein Zauberbuch verwenden wenn ihr es finden könnt bringt es mir bitte bringt es mir das bitte zu mir Zauberbuch okay Tötet Kult Kultisten Sch Kultisten Schamanen und sammelt Schriftrollen Schamanen okay Hallo Schamane wie geht's also ich muss so Schamane brauchen ja nur drei Schriftrollen hat ja keiner dabei okay eine haben wir schon mal wo der ganze weg hier ist voll okay du da hallo nein keiner der weg ist dann wohl nicht mehr voll da vorne ist einer ich hab den kriegen wir mir deine schrift rolle du hast du dir jetzt kaputt machen danke ist mir eine große hilfe gewesen wir haben alle wieder zurück mal sehen was das für zauber waren die die benutzt haben mal gespannt ausdauer erhöht hat die vielen dank er hat vielen dank ich muss das dokument überprüfen muss kann ist der anführer der kultisten und es ist wirklich eine klasse ist wirklich eine klasse für sich ihr könnt es sicherlich kaum erwarten euch an ihm zu messen wenn ihr euch da mal nicht zu viel zutraut oder kümmer rüstet aber die ist alles schlechter als das was wir haben so ich muss ja noch annehmen so gut dann stellen wir uns hier mal hin und machen wir lieber mal so rum und sagen muss kann bitte bitte danke bitte danke hallo muss kann pferd du bist im weg Oh, was hat... Uh, der hat... Uh, was hat der denn da alles? Uh. Äh, wieso rennen? Hallo? Kamera? 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 Hallo? Was ist denn? Greift doch nicht mein Pferd an. Willst du mich verarschen? Also, das kann doch nicht sein. Willst du mich jetzt... Ich bin dein Gegner, nicht mein Pferd. Oh, der hat gar nicht getroffen. Oh, da ist sogar so ein Elsch, oder was auch immer das ist. Was greift der denn jetzt? Haben wir denn mein Pferd an? Willst du verarschen? Oh. Bis jetzt hat er mir noch keinen Schaden gedrückt, ne? Ich will immer nur mein Pferd angreifen. Oh, jetzt hat er... Uh, der hat mich mal getroffen. Der hat mich ja mal getroffen. Was ist das? Und du kannst auch stärkt mehr als das, oder? Ja. Das ist aber schon fast weg. Mein ist ja schwach. Ups. Müssen wir gar nicht. Ja. Was hat denn unsere... Annal... Äh, wie heißt sie? Annalin noch so zu sagen. Ich bin beeindruckt. Selbst ein starker Muskan. Ihr seid unglaublich. Ähm, ja, was nehmen wir denn jetzt? Verteidigung 7, nein, warte, Verteidigung 7, 2, 2, ja, das ist eigentlich alles, nix. Wo bringen wir denn am meisten Geld für? Hierfür. Dann nehmen wir das. So. Fest. Ihr seid vertrauenswürdig. Ich werde euch alles erzählen, was ich weiß. Ich habe mir die geheimen Dokumente angeschaut. Ich kann sie nicht komplett entziffern. Aber es ist sicher... Äh, aber eins ist sicher. Es gibt einen Hinweis auf Katsaka. Ich bin mir sicher, dass dies ein Muster des Katsaka-Tempels ist. Katsaka ist einer der gruppen Monarchen, der Anführer des Bösen. Hach, ich frage mich, was diese verrückten Kerle im Schilde führen. Wir können nicht einfach tatenlos zusehen, berichtet Hakan vom Serendien-Schrein davon. Wenn Katsaka wiederbelebt wird, wird Serendia ins Chaos stürzen. Uh, das ist... Ich glaube, das will der Schwarzgeist. Ich glaube, das ist... Der will das, glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Okay. Herdrücken. Ähm, also, was haltet ihr von meiner Gesellschaft? Mit mir ist immer etwas los, nicht wahr? Ah, das ist schon wieder so ein Geschenk, ne? Ah, ja. Und dann... Ja. Lasst uns ein wenig Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß... Ah, das haben wir doch auch schon. Oh, wir haben einen Ring bekommen. Yay. Haben wir den jetzt bekommen, die Sagen? Oh. Einen Ring mit Verteidigung. Was ist mir da schon? Aber Präzision weniger. Weniger. Ja. Was haben wir hier? Intaktes... Sumpf? Sumpf? Oh, genau. Was macht das? Aber kann es tauschen? Ah, okay. Gibt es hier eigentlich einen Händler irgendwo? Ich bräuchte mal einen Händler. Ähm. Gut, dann gehen wir mal zu den... Kasaka. Oder... Es gab so einen Händler oder so einen Schrein... In diesem Schrein war das, glaube ich, ne? Gehen wir mal da hin. Das wird mir eindeutig zu laut. Ich hoffe, unser Pferd hält noch so lang. Ah, was das hält. Der hat genug Essen. Und wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal nach Glitch. Ähm. Muss man nicht hier lang? Also müssen... Hä? Wieso hat er uns das jetzt in die andere Richtung geschickt? Ganz komisch. So. Ähm. Ja, jetzt kriegen wir noch Informationen. Also dieses... Also das Ka... Ich glaube, irgendwas mit diesem... Was jetzt... Äh, diese... Wie heißt es? Dieses... 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 Kasaka. Das wird der Schwarzgeist, glaube ich, auf jeden Fall auch haben. Ihn sich aufnehmen und noch stärker werden. Wenn es das ist. Oder das... Das heißt doch, ne? Haben wir noch grad... War doch das Böse, was ihr gemeint habt, oder? Oder hab ich gleich grad was falsch verstanden? Ja. Ui. So. Dann, äh... Ja. Wieso muss ich immer den... Okay. Hakan. Ah, ne. Hä? Na gut, egal. Hakan, hallo. Guten Tag. Ähm. Wir sind ständig von Bösen umgeben. Ich kann es nicht in eurer Gegenwart spüren. Ich kann es auch in eurer Gegenwart spüren. Versucht nicht, eure Angst zu unterdrücken. Sie ist nur allzu menschlich. Mhm. Eure Augen, sie beben. Lasst eure Gefühle zu. Jeder Mensch sollte das. Okay. Äh, ja. Ich beobachte diesen Schreien schon lange. Zahllose Leute gingen hinein, aber keinem von ihnen gelang es, seine Seele zu schützen. Stattdessen starben sie qualvoll oder erlangen dem Bösen. Ich glaube, die Kultisten sind wie sie. Möglicherweise haben sie sich Katsaka nicht freiwillig hinunterworfen. Geht zum Blutaltar nahe dem Schrein und nutzt das Zauberbuch, das sie tragen. Okay, dann, äh, gehen wir mal zu dem Blutaltar und gucken, wieso können wir jetzt schneller rennen? Warum? Serendien schreien. Sieht schlecht aus. Oh, das ist sogar so eine... Oh, okay. Blutaltar. Ein Atar im Serendien schreien. Nach dem Verteilen des Blutes war die Resonanz einer überaus mächtigen, dunklen Energie zu spüren. Die Kultisten scheinen unschuldige Leute zu opfern, um irgendeinen finsteren Plan zu realisieren. Ah, okay. Gut zu wissen. Die opfern einfach mal irgendwelche Menschen und das ist... Nee, nee, nee. So geht das nicht. So kann man das nicht machen. Das Böse existiert überall. Ich bin mir sicher, dass die Katsaka wieder beleben wollen. Aber wenn ihr Recht habt, sind ihre Vorbereitungen noch nicht beendet. In einer schwierigen Situation wie dieser ist das ein Glück, aber dennoch werden viele Menschen geopfert. Es gibt sehr starke Feinde im Schreien. Ihr könnt sie also noch nicht aufhalten. Wenn ihr glaubt, dass ihr wirklich stark genug geworden seid, dann geht zum Serendien-Schreien. Mach noch grad. Die Eroberung des Schreins ist eine große Aufgabe für den Frieden von Serendia. Okay. Hm. Ja. Nach Glisch. Es stimmt, was Hakon sagt. Ihr könnt noch nicht zum Schreien gehen. Aber wenn ihr mir... Wenn ihr mit mir reist, werden wir sie einiges Tages alle besiegen können. Arbeiten wir weiter hart. Seid ihr bereit? Gehen wir zurück nach Glisch. Erzählen wir dem Hofmeister davon. Werden wir tun. Glisch. Da wollten wir sowieso hin. Ich brauche nämlich jetzt mal ein Händler. Mein Inventar ist langsam voll. Und äh, ja. So weit ist das ja auch nicht. Na gut, ein Kilometer, 600 Meter, äh, 650 Meter. Ist schon ein Stück, ne? Also zu Fuß würde ich das jetzt würde ich das nicht laufen wollen. Aber waren wir nicht jetzt gerade im Schreien? Oder war das nur vor dem Schreien und der Schreien geht noch weiter? Ich, ich... Ich kapiere das jetzt nicht. Hä? Die waren doch gerade im Schreien oder nicht? Hm. Naja. Was soll's? Hm, ja. Wenn wir jetzt eigentlich zurückgehen, dann reden wir mit dem Oberhaupt erstmal wieder. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Ob wir nach... Ob wir wieder zur Hauptstadt müssen? Ich weiß es nicht. Hm. Naja, sehen wir dann. Sehen wir dann. Und die ganzen Quests, diese gelben, die hier sind, die brauche ich gar nicht machen. Der sagt hier in diesem, auf diesem Server nicht, weil die hier mir nichts bringen, wie schon erwähnt. Deswegen, na ich links liegen, nicht, dass ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, hier macht doch die, hier macht die, hier machen wir schon. Ich weiß nicht, ob wir die im letzten Film machen. Ähm. Auf jeden Fall machen wir die noch. Ich weiß nicht, ob wir alle machen, aber viele. Weil ich brauche die, äh, die, hier, die Beitragspunkte. Da brauchen wir viel von. Ähm, ja. Friha, Friha-Rau. Friha-Rau. Ich hatte es erwartet und es ist geschehen. Danke für die Information. Wir werden auch unsere Vorbereitung rechtzeitig treffen. Okay. Ähm, ja. Übrigens, ihr scheint darauf aus zu sein, immer stärker zu werden. Eure Augen sehen völlig anders aus, als bei euren ersten Besuch in diesem Dorf. Falls ihr tatsächlich stärker werden wollt, gibt es einen Ort, den ihr aufsuchen könntet. Das Rotor-Kla-Rotor-K-Lager. Es ist eine Gefahr für die Sicherheit von Serendia. Falls ihr Interesse habt, geht zum Südwestor. X-X-X-X-A-Viro-Vitello kann euch dort helfen. Okay. Ja, dann, ähm, wo ist denn da was? Ach, hier hinten. Okay, dann, äh, müssen wir sagen, da gehen wir als nächstes hin. Wo ist denn das? Hä? Ach, da, ah, jetzt weiß ich wohl, wo ist das? Okay. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da gehen wir dann da hin. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und, ähm, sage ich mal, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.